Tower 49, hier ist Mission Control. Wie geht es Ihnen an diesem herrlichen Morgen? Hier ist Jack Harper. Ich bin starker. Einfach nur top. Es zahlt sich aus. Ja, auf jeden Fall. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Den Krieg haben wir gewonnen, aber den Planeten verloren. Man spürt das Ganze wirklich. Ich meine, man hört es in der Werbung, aber man glaubt es nicht. Wie haben Sie belogen? Es wird Zeit, die Wahrheit zu erfahren. Es gibt einen Mann. Er ist der Grund, warum wir uns Jaws nennen. Ihr könnt zwei Kisten Schoko, Minze und eine Packung Kekse haben. Jetzt geht es um alles, Jungs. Darauf haben wir gewartet. Sie sind wahnsinnig. Es wird die größte Umverteilung von Macht in der Geschichte der Menschheit. Ganz was anderes halt im Gegensatz zum normalen Kino. Das war's. Però drinks. Ich hab's ja gesagt. wheelieux Ich hab's ja gesagt. Oh ф Lord? Und ich hab's ja gesagt. Das war's.